Der Rebbe ist eingeführt, und bei ihm ist es speziell Chowiv, Teier. Also noch jeden Jontag soll sein Akinas Teire. Noch Isruchag Pessach, Isruchag Schwurz, und Isruchag Simchas Teire. Der Rebbe ist in der ganzen Welt. Denn derscheide ist an der Kirchenwege. Sie bringt nichts mit ihnen. Der Bürgerme cruc� ist mit dem Kirchenwegeben. Dann erg comforting sein, können die Kirchenwege aus Temilien werden willig werden und Ferchen wissen, sprich nach einem Herrn 동irial imparti. tering an dem Kirchenwege haben. Das ist ein Zeichen von Faschid Nesiches. In der Zeit. In der Mühne von Tera. Und in der Mühne von Tera. Die Faschid Nesiches. Von Nasein zu dem Medrash. Als 2,000 Jahre von Tera zu Tera. Also Tera kommt auf der Welt. Aber es ist für Tera. Für Israel. Die G'more in Shabbos, in der Bavuste, so geformat in Teire, daf Peiches, nutz de loschen, chem de Gnuzo, attaier er eitzer, behalten er eitzer. Und mitzett bepeel, Teire nicht gegeben geworden, be-ein von Rishmi, hafizell bis Chovov-Deiris noch Hebrillus Eilom. Wo er das gewin? Das gewin war in Himmel. Dafarm dem Alokim takke geteinet, ne, heitchal Shammayim, chem de Gnuzo, wo es gibt in das Zerbosr, vodan ba, ob Lomato. Und meishe, zirg gedav dinge mitzä, unet gemma deich Oches, und Teire leber Shammayim, in der Teire gegebben geworden, do Lomato. Is von einseit gefilmna, der Teire ist hecher verweilt. Und es bleibt hecher verweilt. Aber viele, wenn man gittet das Dolomato, ist Teire, Divre, Teire, einu mekab dem Tuma. Und Teire ist Nitzchies. Begefind im Edrash, in Gemorre, einu mekab dem Gnuzo, einu mekab dem Gnuzo, einu mekab dem Gnuzo, einu mekab dem Gnuzo, einu mekab dem Gnuzo. Ich, der Eberstor, hat sich eingekritzt, Gnuzo, und gegeben in die Werte. Zerbna, das ist der Eberstor allein. Sie haben reingetan, in Slappisch gewinnen, und getanen sich in Teire. Von zweitem Zeit, gibt man aber, an der Teire gegeben, einu mekab dem Gnuzo. Und der Teire ist einu mekab dem Gnuzo, und Tare. Bis der See ruft der Son, Eitz Hadass, Teivara, mit der Reihe, mit dem Himmel, mit dem Alter, mit dem Gnuzo, mit dem Gnuzo, das ist einu mekab dem Gnuzo. A Teire ist Teivara. Sie ist einu mekab dem Gnuzo. Und einfach von dem Slappisch. Man sieht, was ist die Gemorre, sie hat eine Gemorre, und nicht komisch. ist die Scheide, wo sie beemmest dem Gnuzo von Tare? Ist das das Shammai im Dikazach, oder ist das das Erz Dikazach? Apsag din, kein Nor sein La-Mata. Der Medrash, im Echilta, der Bevust der Medrash, geht am Moshel, auf Matten Tare. Also wenn die Ideen sein, er ist von Mitzrei, ist der Evert, Bad dem Oden, dem Melech. Die Gesedas, sag mir deine Gesedas, ich will hören, was du willst von mir, was du monst von mir, was deibisch der Mond von uns. Deibisch, dass du Kabel im Malchus sei. Früher seid mekabel mein Malchus, dann noch hat der mekabel sein meine Gesedas, meine Mitzvus. Und in Bruch, es sagt, dass du gemorre ein anderer loschen. Lohmach, Kodmashmah, Lohoyim Shemoya, was deibisch der Mitzvus. Shemayim, und dann noch Kabel, was deibisch der Mitzvus. Das ist mir da, wie bei der Zahe? Tare ist malchus sei? Annoich, Yashem, Lekechau, mit dem Mederzogt? Oder das ist der Chelek von Gzera Isai. E wie viel Statement das? Das ist eine Gehe, nicht nur in Theorien, das ist eine Gehe, eine Gehe, eine Gehe. Eine Dugme. Am Hutzatum mit Nihonen, wo der Tare zog, nicht nur Schuss, der Reife, der Rapist. Die Tare geht durch Schuss. Die Eberster geht durch Schuss. Das heißt, die Tare Rechenzach, wo der Reife hat sie zogen. mit Chachmus HaTeva, und auf Piseichel Odom. Leidergisse, die Tare ist stärker, weil es nicht nur in den Odom gibt, weil es nicht nur in den Odom gibt, weil es nicht nur in den Odom gibt, die Tare ist der Tare, die Tare ist der Tare. Wenn man versteht, die Tare ist, wenn man versteht, wenn man nicht nur in den Odom gibt, wenn man nicht nur in den Odom gibt, hat man nicht nur in den Odom gibt, Das heißt, 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 und mit dem Tynos als экst gathering, Reuben sagt das zu Deus, Simen sagt das zu Deus... und mit dem Wahrheit von Spieks und dem Wahrheit von Chilukideis. Das ist das Teir. Er freut sich nicht mit dem Jone Allemase. Auf der zweiten Seite, wird vor dem Teir be- meansetzen, und vor dem Teir aus bis zum Teir. Die Rebens sind in Tere und durch Tere sind viele Reise und viele Alme. Tere ist der Blueprint, in der Luft, für die Welt. Und beide sind richtig. Der Pfarr kuckt man Tere. Die Tere zeigt uns, wie die Rebens will, wenn man sich gut will in der Welt. Aber in dem, durch die Zweine Kuddes. Ein Nien ist, dass man sich in der Protim von Birur von Tere, Tome, Kosher, Tere, und alles. Und die zweite Seite ist, die Beur, die Kirche, von der Kuddes, von der Kuddes, von der Kuddes, wo sie in Tere. In anderen Worten kommen die Zungen an. Die Kirche ist der Welt und die Kirche. Und in Tere Guffe sind zwei Zügein, zwei Drohchen, und die Kirche ist der Welt. Einer ist, man guckt auf die Welt durch die Egen von Tere. Es ist eine ganz andere Tere, die die Welt. Wie guckt die Leiche? Wie sieht die Welt? Wie sieht Tere die Welt? Der zweite Reifen ist, man guckt auf die Welt, wie die Welt ist, und danach bringt man ihn rein, und man passt zu den Tere, zum Sacken sein, oder dem Bewahrer sein, und machen sicher, dass die Welt sich füllen, auf die Tere. Wenn man guckt auf die Welt, mit der Egen von Haloche, was damals, seit der Egen von Haloche, seit der Welt, wie das ist, betachlos, das Schlimm ist, wie der ebeste wilde Welt soll sein. Und danach, wenn man guckt auf die Welt, mit dieser Welt, mit der Gebäude, so man nie ist, wie ich kenne, vom Welt, von den Menschen, die sich dort befinden, und dort darf man erst umkommen, zu einer Wede, und in der Horevanie, zum Zupassen, der Eros, und der Halle, das hat die Tere, zu der Matze, von dem wird man verständigen, die Morin Psochem, der Rechmasse. Es können zwei Zugänge sein, beide sind, beide, und damit kochen. Und der, was man kann, als der Rechmasse, beide kommen von der Kug von Tere. Aber einer, sind die Welt, wie Tere sind die Welt. Beim Mehl, wird er sich nicht, in alle Brotten. Und der Zweite, tut sich rein, in alle Brotten, und passt zu den Tere. Und da sagt er, die Gemäste, der Rech muss ausgehen. Der Rech hier, darf sein Nachochen, was kann gucken, und abschätzen. Die Zorge hier. Aber passt das? Leute, die bestimmten, bei Dörfenischen, von den Menschen, was leben dort? Und andere Zorchen? Und umweisen, die große Teere, wie man darf sich führen. Das sagt er immer. Man schenkt nach dem, wo es liegt, wie ich lernen Tere. Rubik, die Kule ist dort, und wird nicht kennen, wird kein Tag, sagen, etwas, was nicht passend zu Zorchen ist, weil es nicht, dass sie bekannt, und nicht, dass sie hereingetan, in diese Zorchen ist. Das sagt er, der Untersteh des Rieschen, Mesh und Arn. Mesh, Kibbel, Tere, von Sinai. In Loshna HaMedrash Mesh is Emes, Teres Emes. Mesh Emes und Teros Emes. Arn ist Chesed, und Emes. Arn ist Chesed. Er ist Chesed. Er ist Dua. In Loshna HaMeshna, Eiv und Tammid, Eiv und Sabri, Eiv und Eiv und Eiv und Eiv, Eiv und Sabri, Eiv und Eiv und Eiv und Eiv und Tere. Der Meder sagt, Arn vielleicht sich Arn gehen und machen Scholem zwischen dem Sprach, zwischen dem Krieg mit sich, einem mit dem Pfarr, weil Yufku, Kol HaAm, nicht nur Kol Bnei Yisroh, wenn Arn ist in Stali gewonnen. Weil jeder gefällt, bei Femproti, Kimo, wenn sie ihm gewinnen, Mesh is Erwek? Aber Mesh, sie gewinnen, bei Loshna HaZehar, Schusbine Demalko. Malchus sei. Und Arn schusbine Demateronisse. Einer stellt vor Demalach, Demalach, der Kenning, der Eibisch, Demalach, Demalach, Amlochem HaKadosh Baruch Hu. Und der Zweiter stellt vor Demateronisse Demalko. Weil Arn schusbine Demateronisse, in der Pratim, Mesh, sie gewinnen, siechmein Meiler, Gewehr, im Kolam, leit kamer deres, aufhela, Melech, leit hibischunen Melech, und sie gewinnen, der Darge von Teire, wie Teire guckt auf der Welt. Wie Teire guckt auf der Welt, von der Egen von Teire, ist ein Stocker Eicheluk, im Altsiz Nitzchi, ist ein Stocker Eicheluk, zwischen Kotzei Scho und Kotzei Deiris. Und sie guckt auf Altshecher, wie der Pfarrer, Mesh, das sie angesagt. Adge dekach, von jenem Blick, von jen Aschkofe, ist wei yigzef. Sie ist doch kein Mocken, von anderen wegzuhucken auf die Welt. Arn, von der Zweiten Seite, hat gesehen, die Welt wie die Welt ist. Und die Welt ist da, unterschied zwischen Scho und Deiris. Gelukim ins Mann. Gemäle Arn hat Madrigs gewinnen, und gesagt, Mesh, Rabbeinu, wir zeigen die Welt, wie die Welt ist. Nicht wie du sagst, die Welt, wie von der Egen von Teire. Wie die Welt ist, ist ein Unterschied. Und was sie gewinnen damals, wenn Mesh hat das gehört, der gleich verstanden ist. Nicht wie der Kuhach, weil beide sind immer. Sie beschreibt, was ist der Toast für Meshire. Der Toast ist, also hat nicht geredet, wie das ist mit Zad Welt. Aber er hat gleich verstanden, dass mit Zad Welt, ist Vajito Beinov, und gemachte Achroze, aber soll wissen sein, aber darf haben beide Drogen. Aber wir müssen wissen, wie die Welt ist. Weil die Kuhach, in der Kuhach, ist immer machen die Welt, weil die Welt so wie die Teire ist. Aber bei allem Mesh, ist das besiedert bei der Drogen. Früher darf man sehen, wie die Welt ist. Als zwei Eiden kommen zu der Röv, mit der Wichuach, sie haben eine Nachläufe, aber die Plukten, die Gewissen, die Momen, die Ziken. daft der Röv, kann ich der Röv nicht sagen, wie sie sein, seine Schleimus, helik-helik, kamen Malmames, aber darf herren, zährt ein Teinus. Er darf bevara sein, veresoktemes, veresoksekker, veresokts meidebemiktsas. Er darf zecharein ton, in die Pratim. Wie teire ist das Welt, du teire ist, wie das Drov sein. Defarestakimese, nicht der Röshmasse, in dem Zin. Ebede sein Richtig, weil sov kolosov die Kavoni ist, aber man soll übermachen die Welt, aber man soll taktig sehen wie durch die Egen von Meishe Rabbeinu. Der Pfarrer sagt viele noch dem, was war Jithub bei ihm, wo man hat gesagt, ja, das ist gerecht. Und mit dem Pfarrer zu gewinnen. Und mit Zeit, Meishe allein ist toll, mit Zeit wie die Welt setzt es, nicht wie er setzt es. Aber auch für Pekin, darf man sov kolosov die Kavoni übermachen die Welt, wie es sein Loser, also sein den ganzen Durchgenommen, wie der Tere, also sein der Heftscher von Tere, eine große dicke Welt. Aber der Wider sagt nicht, dass er am Atze, der Pfarrer darf man hoffen, beide haben sie gekauft. Jetzt Meishe hat die Welt geschlossen, wie das ist mit Zeit, sein Tage, der Tage von Tere, Tere Semmes. Und Arne hat sich geschlossen, wie das ist mit Zeit Chesed. Der Meder sagt doch, aber wenn der Heftscher von Tere in der Welt hat er gefragt, Emes, ist er so bei Tere in der Welt? Der Emes hat gesagt, nein, weil sie alle mole ist Körim. Danach hat er gefragt, Chesed, wo soll er tun. Chesed hat gesagt, bei Tere in der Welt, weil sie sein mole ist Sodim. Der Heftscher hat genoem in Emes, hat das Haar abgeworfen in Eretz, und hat gesagt, Eretz mit Emes, Emes mit Eretz Titzmach. Sovkosovat, das ist ein Risiko von Eretz. Aber der Weile, wenn man geht mit Emes, Lamite, ist der Welt, die Mala ist Körim. Wie können wir sagen, dass wir so bei Schafen auf eine falsche Welt? Aber dann auch, die Heftscher, die Chesed, das ist Arne. Aber man geht da rein in der Welt, was sie tragen, hat Körim, und Tainas, was schäcker, und wie Kuchim, und kommen in die Union, was man da von Wahrheit sein, was sie sehr ist gehalten, was sie nicht ist gehalten. Und das darf man zu passen zu der Tere. Adkedei kach, bis man kommt zu einem Adräge, was an, zu passen, der Welt, zu der Halauche von Tere. Ratsun Hashem, bis an der Welt, wer tagt die Achheftscher Tere, wie die Meshersethos. Bei mir hoppen beide Unionen, und die Fahre, beide Gewände gehe, in der Haspah, und der Messere, und die Meshere. Der Unterschied zwischen die zwei, kann man nicht maßbar sein, leid der Bewusten Mechilte, am Boden Mechilte. Auf der Prascha geht weiter, in der Sugi von Matten Tere. Mechilte der Machleik, zwischen Rabbi Schmoll, und Rabbi Akiva. Wenn die Eidnum gehört, der Aser des Adibris, ist, Rabbi Schmoll sagt, wenn sie gehört, der Mitzvah Sesse, al Hein, haben wir gesagt, Hein, ja, wa al Lav, haben wir gesagt, Lav, leise Gnev. Leise Gnev, haben sie gesagt, Lav? Ist, wenn sie gehört, Kabe des Avicha, ja, haben sie gesagt, wenn sie gehört, leise Gnev, nicht on, leise Gnev, mir will nicht on. Kommt Rabbi Akiva und sagt, nee, an Hein, hein, al Hein, hein, war Lav. Haben sie eh gesagt, hein. Sie haben gesagt, leise Gnev, ja, mir wollen folgen, mir will nicht on. Fragt sich der Scheil, was ist der Unterschied? Sie sind zusammen, zusammen Wörter? Beide halten dieselbe, Sachkemover. Ist die Iden, was sie nicht gehen, sollen sie ihm gesagt, nee, mir will nicht on, oder je, mir will nicht on. Ist der Rage Tsover, verbindet das mit, Amachleikes, Adle Shittose, von Rabbi Schmuel, und Rabbi Akiva, in Baba Kam, da flam, mit Gimel, um der Aleph. Der Sugi von, Jussam und Huchlott, dort sagt die Mishnah, als bescheiß Asher, Asher, stehst aneinander, sehr, noch rechers Asher, der Scheer, der Steißer, ist wert hundert Zuz, und der Scheer, was ist in dieser geworden, ist wert zweihundert Zuz. Sogt Rabbi Schmuel, das Masch mit der Gimel, als, was mir tut, ist, Hussam, Jussam, mir geht, ob der Scheer zum Besden, Besden macht, Achersben, wie viel der Scheer ist wert, und dann noch sagt, der Masch, er sollt's abzahlen, dem Niesig, der ist der Geld, noch mal sagen, hundert Zuz, ein Chetze, von der, wie die Gimel, das Masch bedeutet. Aber ich kive, es ist nicht Masch, das Masch mit der Gimel, was ist das Masch, also der Scheer, der Scheer, der Scheer, was ist der Masch, geht gleich Eber, zu dem Niesig, der Baal Ha-Scher, was ist Niesig geworden. Und wenn du das Beste, so ein Masch, der Rage der Scheer, was ist der Maschleik, zuwischen, zäh. ZI, Tere, ist Kivea mit ZI, Rage der Kivea, das Kivea, gleiche mit ZI, die mit ZI is, das Scheer, jetzt, bei Lanzo dem Niesig. Rage der Kivea sagt, das darf machen, nachherzben, und meißi, die Odom, darf allein gucken in dem, wie viel das Scher wird, und dann noch sein, sie kivea, wie viel der Niesig darf bakumen. So, der Rage der Schofer, das ist der Unterschied, zwischen den Händen, der Lauf von Rage der Kivea. Rage der Kivea guckt auf die Welt, wie die Welt ist, zu da ayer, zu da ainein. der Kivea ist Megala, als in Teren ist stokken innen von Heder, sie stokken lei, sie stokken love, sie stokken negativ, zah, afilo a-la-wizechahin. Weil der Teren ist kivea, dem ZI es heilung. Der Rage der Schofer, Bariches, in der Sichei Dua, in Yisrei, der Rage der Schofer, der Rage der Schofer, der Rage der Schofer, und der Rage der Schofer, und es war noch tiefer, als Rage der Kivea, als Rage der Kivea, die Stamm von Gerim, der Rage der Welt, in ganzem wie die Teren, nicht durch die Welt. Rage der Schofer, es gab noch keinen, keinen Gordel. Er hat alles mit einem Maillen, wie die Welt ist, und dennoch darf man lieber gucken, immer machen die Welt. Das stimmt echt mit den anderen, weil sie haben dort, die Menschen geschehen, die Menschen, die Menschen, die Menschen mit den Schofer, Die Rage der Schofer, auch die werden in der Welt. Einer hat die Welt gekauft, und der Welt ist wie das Siden, und die Nacht waren in der Jäubert, die sind die Gede, als ob die Rage der Teren, oder wie Rage der Teren, das ist die Welt. Gleich wie Teren steht die Welt. Er hat die Kuchel. Und es gibt noch einen Aufgebenen, einen Chilukim mit dem selben Zugang. Der Rebbe geht zu, dass das der Unterschied zwischen Tshuwe und Tzaddikim ist. Noch ein Bier in Lave. Also Rabbi Yaquib sieht als, der erste Bier, entschuldige, der erste Bier früher. Rabbi Yaquib sieht als, das ist nicht der Proti Hamitzvah, von der Hain in Lave, sondern der Hain, der Rotzen von dem Eber, in Lave. Der Rebbe, der zweite Bier, aber Rabbi Yaquib, die Kuhm von Tzaddikim ist, ist der Hain in dem Lave. Also in der Hain, in der Hain, ist der Lave, ist der Lave, ist der Nukudz, der Elikusha. Und er sagt, in der Gemara, also er sagt, wenn die anderen, er sagt, Schuhulim gehälchen bei ihm, ist er gewöhnt, und Rabbi Yaquib wird gelacht. Und er sagt, dass der Kuhm der Neboh, der Sauf Kolosoph, der es bringt, zu der Binnion Abbas HaMikdosh. Und er sagt, das ist all der Weg, zu gehen, die zu Reischmasse zu Tere, der all der da der Unterschied zwischen Tereus im Nosei und, einer von Tereus im Nosei, nicht Tereus im Nosei, die Gemara sagt doch, Harbi Osser, Kara Bishmo, weil er Osser, bei Jodam. Weil das ist nicht der Meinung von Reif, bei Jodam. Tereus im Nosei sieht alles von einer Abblick, von einer Hecher und Kuh. Und das darf man nicht kommen, wie Menschen sieht es. Aber dennoch darf man nicht kommen, wie man sieht es, von der Egen Abblick, der Aschkofe, von der Matte, der Meile. Und das ist alles. Damit wird man verstehen, die Geder von Tere. Tere hat sich beide gedauert. Wobei ein Sauf Kolosch Boruch und Jesus lebt dir bei Tachtänen. Es versteht sich, aber da haben wir ein Tachtänen. Da haben wir zwei Götze. Da haben wir ein Tachtänen, in dieser Geder, in der Welt, wo sie da hellen behestet, wie die Alte Rebbe sagt in Tanya. Wo sie da schecker, mit alles, was er kommt damit. Wo sie da machen, wo sie da machen, und sagen, was ein Heifer hat Tere. Ternoch hier, die zweite Seite, ist die Tere, was sie gegeben zu uns, zu machen Adire betachtänen. Adire. Adire ist das ein Massimo, Adire Lasha. Adire ist das ein Massimo. Und die Tere, das ist das ein Massimo, wie die Tere, wie sie da sind, durch die Egen in der Welt. Denn die Tere ist das ein Massimo. In der Halachis, was vernehmen sich. Mit all meinen Teilen der Tere, und alle Protoen, was sie in der Welt. Aber in der Tere, wie sie das ein Tere, was bleibtchem der Gnooze, die Schärf gemein der Phonov. Und in der Grundsache, die Tere ist nicht... Die Tere ist geschick geworden zu der Welt, sondern die Tere allein ist sehr verwendet. Das ist das, was wir uns an. An der Grundsache, die Tere ist ein Matone. Maten Tere. Matone. Tere zivolo, nur mehr von der Röscher. Berufezich a-Yerusha. Das ist auch ein Röscher. Aber Herr Haskin, Also ihn erinnert, Sie sind Tere. Weil die Tere wird in Slavisch und das wird Adi Dez und wird angerufen als Schmai. Am Melech bleibt allemal, das ist nicht dein Malchus, das ist der Mebischens Malchus. Hier sind Tere da beide Sachen, der Kabo Malchus sei, das ist Tzivu Hashem, G'sehr ist am Melech. Aber von der zweiten Seite die Tere sich nicht in Slavisch in Chochme und der Debesch der Gidekeach, also ein Mensch soll sich mit Segeher sein und lernen und der Pseg der Abkumen nicht von der Schmai, nicht von der Schmai, das ist der Abkumen durch die Gideke am Melech und der Dmit Rabe Bar Nachmene Natschune, Bonne, Natschune. Sie gewinnen am Achle, Sie messen die Rekie, messen die Kutschebrichu. Und er sagt, der Abkumen nach Melech, der Pseg der Abkumen nach Melech. Und Rabe Bar Nachmene, er sagt, nicht von der Rebesch, nicht von der Kutschebrichu. Der Rebesch sagt, Natschune, Bonne, Natschune. in Baber Metzir. Er sagt, beide sind Stimmen. Sie sagt, wie der Tere guckt, von der Egen von Tere, und das darf man nicht wissen. Und dann muss man nicht gucken, wie der Matze, wie, ein Ladei, in der Masche, in der Wreis. Aber was darf man gucken, in der Wreis? Nutschroch HaKedisch. Alle wissen noch, dass es da mehr, wie einer Wreis ist. Weil man darf sich rechnen, und ob schätzen, wie der Matze, wie der Matze. Das ist der Reischmasse. Darf man Meishe, und Arme. Und das ist Schlemme Satere. Ob der Tere, weil nur ein Schellig, weil es nicht gewöhnt ist. Ob es nur bei Slavschuss, haben wir nicht den Reinen, Rotzen, und Hochmeljene. Ob es nur noch den Reinen, Hochmeljene, weil es nicht zugepasst, kein Zupassen zu den Tachtänen, und sehr Gdorien, und sehr Neutingen, und sehr Zrochim. Und sehr Matze. Daher können wir beide Dages durchführen. Talmud und Meishe. aszok, die Gemäude woongs Geraser, Talmudan und Meishe, Talmud Gorl, als sieiper Meishe, was hat beide. Stehtdobr, also loszatluhitung, wird sein Meishe Godl. Der Pfschak wird sein Nannya. Du solltest dusa çter Klotzkasher. Talmud Gorl, als sieiper Meishe, ist die Melser beteiligt. Weil es hat beide Mäler, es hat die Mäler, es hat Talmud und nicht Meisse, weil Talmud bringt es zu Meisse. Meisse bringt es nach der Aufkürt zu Talmud. Und von was los ist, dass die Steine während der Matze und der Psaak ist Meissegottel. Das ist das Bore, das ist das Schlimmste. Von was darf man haben Talmud? Weil ohne Talmud, ohne Gemorre, ohne Leben, nicht nur Gemorre, bei allen Dingen. Weißt man nicht, was zu tun? Die Welt ist der Hellen, wo hast du. Und wenn man nicht mehr Talmud, weißt man nicht, welche Derech zu beherrn, wie? Zieht das Mutter oder Ossur? Zieht das Koscher oder Treff? Tomei, Toher? Da ist nur die Talmud, was sie bewahrt und sagt uns. Das ist das, Wenn es kommt, was sie bewahrt, was sie bewahrt, was sie bewahrt. Sie sehen, wir wollen nicht nicht, wie der G-d-G-d-D-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d-G-d. Und wenn man sagt, die Steine allein, wenn sie nicht schreien, die Mutter sagt, dass sie kommen, Shmitte, Shmitte, oder Shabbos, und einer will aufreißen an Teine von Bein wird der Teine schreien sie schmitte heint und andere wird der Welt allein wird schreien was der Eberster will ist das Welt was darf man haben Talmud wenn darf man davon schluchernorich wenn man weiß was zu tun aber das ist natürlich ein Mensch darf nicht gucken in schluchernorich wenn er hungrig oder durstig oder andere Sachen sein natürlich sein Teva Odom Teva Aguf sag dem er sie ist hungrig heinti nicht der Eberster der Eberster behalten der Maazow der Falle dort der Dinn bewusst der Dinn von der Bein Schäte also er mit der Bein zur Zwerden zu Hiten und Schäme hin und jener Hiten zu Behime die Schäme hat er gewiss ist die Schäme die Unterschiede zwischen Dall und Schämen aber viele Schäme haben gewiss ist die Schäme oder der Bein muss maazig ist maazig der zweite Bein oder am Schusch oder Nechossim was ist wenn der Bein springt rein nach Feier der Schäme ist schäme die dann vernehmen weil der Ball der Boss hat ihm nicht gesagt dass das Bein schäte weil normaler Bein wird nicht gesprungen in Feier wie die Schäme wissen was sind die Bein ist es schäme auf die Sachen was normaler ist nicht in Bein ein Ton Avere ein Avere reißt dem ab von dem Eber ist so wie ein langer Hand in Feier wollte ein normaler Mensch gelegt die Hand in Feier der Vorher sagt die die gemorre ein oder dem ever Avere alle im Keh nicht bei Ruach Stuss was ist der Stuss hat der Teive weil leber wird gesehen der Teyeles und der Zafse und was am Hesek was ein Avere tut la Havdil was a Avere was a normaler Mensch like the hunting fire muz an a ruach schtuss a schtick muz a a hel ober ober da fahr da fahr ma schul hon or wo s tot on derですね die 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 Tere ist, die Chachmose und der Zehnach der Kose Baruch Hu. Nicht nur zu bewahren sein zwischen Tome und Teher und zwischen Heter und Iser. Und wir lernen Tere zu, mit dem Jehudim und gehen Hecher und Hecher nach dem Gehäil und der Gehäil. In anderen Worten, es gibt zwei Tkufen, es gibt Tkufen von Elamhase, wo es dort mit Choram von Tehvera, in Teremold, darf nur die Tere sein und muss sich mit Schlabern sein und man darf gucken von der Egen von Aden. der Egen, was guckt auf die Welt und sagt, wie passt die Tere. Aber viele Damen hatten wir nicht um die Egen von Meishraben, nicht nur ich, ichke. Weil wir wollen nicht sehen, wie die Tere guckt auf die Welt. Wie sagt das die Tere, die die Welt. Und sov, sov, die Kavoni ist, aber durch die Welt übermachende. Macht mir lieber adkedeh kach, also wird azemuzuchach amol hares Deis Hashem kamayim lajom mechasen. Was ist kamayim lajom mechasen? Aber das wird der Natur allein. Es ist ein ganzer Ferdag, der Egen ist der Maim. Der Ores wird ein ganzer Mechusse. Also wird ein Sach. Aber die Welt allein ist margisch. Was der Eber ist der Will von dir. Das ist der Kibor von Beide. Und bei Kennis zu kommen zu hecherem Adrege und dann was man geht durch Momata la Maile. Und sov, der Ere hat sich beide Einen, beide Kavim. Und in der Eder Einer du hast auch Pratim. Und sov, sov, das Ere auch. Es sind nicht zwei Verzundere Welten. Es sind Helke Ere. Also wenn es nicht ist, die Ere und Pneum ist. Und es sagt, früher, die Ere wie Jadir und der Zucker schweigt alle Eber die Hilchese. Taum und Maise. Sov, sov, kommen beide zusammen. Also die Welt ist die Ere dicke Welt. Eine Welt die 40 durch die Erweide von den Jahren in Golas. Aber das natürlich eine Welt die 40 gewollt. Aber das kommt jetzt mit das schwer Erweide was gewöhnt. Sie nicht gekommen mit der Der Rebbe soll helfen. Durch unsere Lernentere und Kindestere und keinem sein der Rebbe ist Heiro. Und alle Heiros auf der Tere kommen zu Tere Chadoshe mit Tete Tete Tere Shamaim Chadoshe und Erz Chadoshe und Welt was ist immer gemacht. A Tere dicke Welt. Und wir stehen bei der Rebbe und gesagt Mami ist beim Schlaf Ha Achren. Higa ist Mang Ola Ska man darf nur eröffnen der Egen der Welt ist great Wir darf ein Ton unserer Zeit verändigen Tere und Dibur ist tot schwoz und zu dem B Atme und alle und alle schwoz und bringe Tshuva hatzola und ein Zeker sein und dass du mit Zver schlemmen und Tekku von Mami at Mamisch Vielen Dank.